Hallo Leute und Herzlich Willkommen, wir spielen, also wir machen so eine Serie wie Wolves the Daddy, also ich weiß nicht, das ist so ein Familienspiel, ähm, und wir haben zwei neue Mitmachere, das sind Oriu und, ähm, Darkflow und, ja, viel Spaß, das kann zu sein. So, Papa, ähm, wer ist das da hinten? Äh, ähm, weißt du, da ist wer, oh mein Gott, der nähert sich, der nähert sich, ja, Papa, der ist doch nicht. Was macht sie denn vor? Ach, egal, lassen wir sie einfach hier mit uns, ist sie auch eine neue Mama. Ja, voll geil, Mann, hast du es gehört? Okay, alle zu ihrem Haus. Nach Hause. Ähm, Silber, Ruby? Ja, rein, ja, rein, ja, rein. Warte, warte, ich musste irgendetwas tun, so. Oh, ey, hier ist es so sicher vom Regen. Warum sitzt du, Ruby? Äh, gerade wollen so viele reinbäumen. Okay, Leute, was wollen wir jetzt, ähm, wo ist überhaupt Mama? Was macht Mama da draußen? Papa, weißt du, was Mama macht? Hm, sicher, du weißt es nicht. Was gibt's denn für neue Skins? Oh, was ist das? Oh, der hört so schön aus. Etwas dick, ich weiß nicht, aber Papa, kannst du dir da mal ganz kurz den Kopf, oh, okay, ich bin als einziges zu erreichen. Stimmt, stimmt. Da kann ich mir etwas kaufen. Das passt mir. Hm, so klein, da. Ne, Spaß. Ähm, egal. Okay, was wollen wir jetzt machen? Hm. Etwas lahmes ist schon, aber okay. Ähm, wann kommt dein, meine Mutter, also unsere Mutter. Guck mal, okay, wollen wir etwas spielen? Nun. Nun, killen! Ähm, Omega? Omega? Das geht ab. Ähm, ich war kurz nicht. Geil, killparty. Okay, die Sache ist nur, Omega muss invisiert werden, sind es alle. Geil. Okay, oh, wie. Komm bitte. Oh, okay. Ach, Entschuldigung, sorry, duck, duck, duck. Nein, bleib stehen! Bleib stehen! Oh nein, jetzt denkt er sich... Hä, es macht sie. Ähm, was wollen wir jetzt machen? Also... Ich kenn viele Hex, aber ich weiß nicht. Nee, jetzt mach ich immer ein extra Video. Ähm, 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 ähm... Also, was denn... Papa? Ja, ich hab Hunger. Auf was denn? Wir sind mir reingegangen. Wir sind mir reingegangen. Ich will irgendwie in den Strand. Sag's bitte zu allen. Und, ähm... Jeder hat doch genug Geld, ne? Das ist ja ganz schön. Das kann sich jeder zum Strand teleportieren. Oh nein, wir haben irgendwie ein fremdes Wein gelassen. Ähm... 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 Oh! Nein! Nein! Das ist witzig! Oh nein! Silber Ruby liebst du noch? Oh mein Gott, Silber Ruby. Komm, schnell! Dieser Killer ist weg. So. Ich mag schwimmen, Papa. Bitte. Okay, lass schwimmen. Yay! Nein! Aber Papa, ich kann nicht schwimmen! Keine Ernst. Warte, ich schreibe noch die anderen. Jetzt ist meine Katze noch dazu gekommen. Ja, moin. Okay, ähm... Okay, dann bleibst du halt hier. Nein! Nein! Ja, selber. Ich tauche gerade. Bin ich... Hä? Nein, ich tauche nicht. Wer, 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 wer betäubt! Nein! Meine Mutter betäubt. Ähm... Okay. Papa will mir in die andere Insel. Ja, aber... Boah! Nein! Okay, jetzt kommen in die andere Insel. Aber du kannst auch umschneiden. Du hast dort eh, bis du nicht schwimmen kannst. Also, wir gehen. Kommt, Kinder. Ja, genau. Kommt. Kommt. In die andere Seite. Kommt, kommt, kommt. Dieser kann nicht schwimmen. Kommt, hilf deiner Schwester, Silber. Hilf deiner Schwester. Mhm. Oh nein, das ist richtig schlimm, wenn mit einem Video-Office, ne? Okay, wir schneiden. So, Kinder. Ihr müsst kurz das Kind ändern. Und aufpassen. Denn es können ja immer böse kommen. Warum haben wir nicht alle drei verfügende Glanzer mit uns selbst töten können? Das ist auch echt eine coole Idee. Okay. Also, Kinder. Nicht vergessen. Passt auf euch. Auf. Silber Ruby. Silber Ruby. Silber Ruby. Da ist ein Tiger. Bist du mal etwa blind? Oh Gott. Silber Ruby, Alter. Was ist passiert, wenn du jetzt in den Tiger rennst? Okay, Kinder. Also. Bleib bitte zusammen. Denn überall sind blöde Tiger. Okay, Papa. Ich bleib bei dir. Oh mein Gott. Silber Ruby. Sagt dich etwas oder sagt dich nichts? Ah. Ein Tiger. Ja, okay. Das passiert. Papa? Ähm, Papa? Oh Gott. Nicht sterben, Kleine. Diese blöde. Genau. Ähm, und ich, Papa? Ähm, du hast Pech gehabt. Ähm, du hast Pech gehabt. Okay, also bitte. Kinder, Kinder. Ich bin nicht, ich bin ein Mörder. Silber Ruby. Wo ist sie überhaupt? Ach, ich sehe sie auf der Mini-Karte. Sie dreht sich da. Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. So, Leute. Und das war's auch heute. Und jetzt muss ich auch der Papa ein bisschen, ähm, ausruhen. Ähm, und, oh, oh mein Gott. Und, ähm, auch sie sich freuen für den nächsten Part. Und, ähm, auch sie sich freuen für den nächsten Part. Und den nächsten Part werden wir irgendwie sowas wie Wish to Daddy bei, ähm, Wildcraft machen, aber nein, der nur zu zweit. Und, oh mein Gott, der Papa! Ah! Okay, also. Ja, Leute, das war's von Video Silber Ruby. Ich und, ähm, also ich hab leider konnte nicht, weil sie sich nicht installieren konnte. Also sie kann nicht installieren, aber, ja, sie hat nicht so viel Akku. Genauso wie Silber Ruby und eben alle brauchen neue Ideen. Und wenn ihr einen nächsten Part wollt und noch einen besseren. Ja, es war ein bisschen, es war das erste Mal sowas. Und ich hoffe, das hat euch heute gefallen. Und am Anfang vom Video war eh ein Intro. Und ich hoffe, das hat euch auch gefallen. Und Bye!